Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Okay, ich habe gerade Nahrungsknappheit, das ist nicht so schön. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Handelsgesellschaft, ja, weil er fünf Handelsaußenposten errichtet hat. So, ich muss leider gucken, dass ich schon Fische fange. Okay. Eins und weg, oder? Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Wie gesagt, die sind mir egal. Außer Totenbeschwörung vielleicht. Die sind mir egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja, ich sollte mir Sektoren dann in Zukunft durch Bekehrung holen. Die sind eh so stark befestigt, dass ich sie nicht angreifen möchte. Ja. Ihr wart erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie? Ja. Wie sieht seine Kirche gerade aus? Immer noch eine Stufe 2 Kirche wie bei uns. Okay. Ja. 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 Was kostet das Ding in der Mitte zu bekehren? Okay. Das dauert eine Weile. Außer ich kann ihm die Technologie wegnehmen. Ja. 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 Si, ant Back. Ja. Das war's für heute. So, Sonnenkönig. Das da, das da und das da. Das da hätten wir gerne. Gut, Befestigungsausbau ist beendet. Das heißt, hier kommt er auch nicht so leicht rein. Ja, ich bräuchte jetzt nur noch den Pazifisten nochmal. Ach ja, und vier und zwei, um den Fisch zu erforschen. Kommt, Tick runter. Wenn ich nämlich die Vorschung habe, kann er mir die nicht wegnehmen. So wie er mir die hier oben eigentlich alle nicht wegnehmen kann. Das ist schade, dass er Ballistik, aber ich will ja eh versuchen, pazifistisch zu bleiben. Und ja, eigentlich ist er eh Ludovic, der mit dem Wumms uns Probleme machen könnte. Oh, er erforscht das hier. Das ist mir gerade egal, wenn er das erforscht. Das hier hätte ich auf jeden Fall gerne. Das darf man mir nicht wegnehmen. Also brauche ich nochmal 4.2. Und ja, ein kleines bisschen die Lagerhäuser ausbauen. Und wir haben vergessen, hier auf Geologie umzustellen. Halt. Halt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt bräuchte ich noch einen Bruder bitte, dass ich die Fischzucht erforschen kann. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Wobei das hier gerade wichtiger ist, weil das in Gefahr ist. Die Fischzucht, die kann noch ein bisschen... ... sich Zeit lassen. Gebäudeausbau fertig. So, Fische werden produziert. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wenn ich Pech habe, dann schnappt er mir den Bischofssitz weg. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Eigentlich bräuchte ich nur noch den Bischofssitz und hab geboren. Die Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Nein! Jetzt nicht mehr. Also hab ich das umsonst gemacht jetzt. Egal. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ökonom bin ich am höchsten, weil ich eine ziemlich gute Wirtschaft habe. Quellender Weisheit kann mir keiner wegnehmen. Asket kann mir auch so schnell keiner wegnehmen. Sonnenkönig könnte umstritten sein. Imperator ebenso. Deswegen will ich ja weitere Territorien und das Territorium einnehmen. So, jetzt wäre es aber Zeit, dass wir mal wieder speichern. Gut. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.